So, du kommst von? Ähm, Mois in der Nähe von Stuttgart. Was hörst du für Musik? Ähm, ich weiß nicht, so unterschiedlich so Rock, Pop und, naja, wie mein Vater, auch ein bisschen Heavy Metal. Heavy Metal? Der Vater hört Heavy Metal? Die, oder? Den Kraft? Ja. Was hört dein Dad? Und deine Mutter, was hört die? Äh, ich glaube nicht. Helene Fischer. Nein. Tanzt du gern? Äh, ja, aber ich tanze Chess und Mother Dance. Mhm, kann ich auch. Und ich mache Cheerleading, aber ich weiß nicht, ob es direkt zu tanzen zählt. Und was? Mach mal, ich mach mit, dann mach mal so und dann? Ähm, nee, ist ein bisschen eng. Okay, du musst jetzt nicht bewegen, aber sag mir wenigstens den Text, du musst es auch nicht singen, nur den Text. G-O-O-D-L-U-C-K, good luck. Das ist mir zu kompliziert. Das ist nur good luck, buchstabiert. Ah, okay. G-O-O-D-L-U-C-K, good luck. So? G-O-O-D-L-U-C-K, good luck. G-O-O-D-L-U-C-K, good luck. G-O-O-D-L-U-C-K, good luck.